Wahrscheinlich passt schon. Ich glaube ich habe es auch angemacht. Ja, filmt. Los jetzt. Dann dürfen wir nicht warten. Nein, das kann man ja alles cutten. Viel Spaß. Ohohohohohoho. Oh, neue Lines. Moin. Hier. Ja, dann fang ich da mit dir. Euch auch. Auf jeden Fall. Ohohohoho. Ohohoho. Wehe nicht gut. Hahaha. Oh. 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 da hat jemand den Anlieger weggemacht da sind ja auch zwei Linien stand da oben ja ich bin da links und rechts vom Baum wo fahr ich gerade auf den Baum zu oh man sieht nichts oh 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 du fährst hinterher weil ich glaube nach unten raus komme ich nicht mehr mit das wird mir zu anstrengend auf geht's oh 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 da ich habe nur ein Staubwolke gesehen da die kurven sind los Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Ich habe meine Kette verloren. Oh, jetzt ist sie wieder zugekommen. Okay, dann los. Ja. Das ist nur so da dran. Oh. Oh, 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 oh. Alter. Oh. Oh, oh. 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 Oh! Puh! Hey man, so schnell! Sehr, sehr geil Leute! Du machst die Sprünge so langsam, wie machst du das? Ich bin fast in dich reingeflogen Ja, das ist schlimm, wenn Paolo vorfällt bei Sprüngen Der fährt hier im Schritttempo Paolo hat den Pop Dann drückst du richtig raus Ja, auch der erste Sprung schon Erst musst du richtig so nochmal über die Klicks hochziehen dass du das Hinterrad über die Kante gekriegt hast War so... Wartest du zu kurz? Na klar Aber in den Kurven war das dann so geil Die ersten zwei, drei Kurven Da hast du richtig gemerkt, wie das alles so los und staubig war Da war weg Ja, du hast auch nichts mehr gesehen da, ne? Drei Drei Die Das war's. Oh, Pala! 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 Dillern Ein streif von da. Ja. das war scheiße was Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh my God. Oh my God. Yeah. 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 Yeah.